Unsere Füße tragen uns durch die Welt und jeden Tag machen wir tausende Schritte nach vorne. Doch was passiert, wenn Fußprobleme bereits im Kindesalter auftreten? Etwa 12% aller Kindergartenkinder leiden unter Fußfehlstellungen und nur noch 40% behalten gesunde Füße bis zum Erwachsenenalter. Einlagen können dabei helfen, aber ein entscheidender Bestandteil der gesunden Fußentwicklung ist Fußgymnastik. Leider, aber auch verständlicherweise, empfinden viele Kinder diese Übungen als mühsam und langweilig. Wow, das war etwas zu schnell, deshalb noch einmal ganz langsam. SmartStep ist Ihr Begleiter auf dem Weg zu gesunden Füßen. Nach der Installation der App werden Ihnen in einem kurzen Onboarding die wichtigsten Funktionen erklärt. Anschließend erfolgt die Verbindung über Bluetooth mit den maßgefertigten Einlagen Ihres Kindes. Das Besondere an diesen Einlagen ist, dass Sie über mehrere Sensoren im Inneren verfügen, die der App Echtzeitdaten direkt auf Ihr Handy übertragen. Dank künstlicher Intelligenz erhält Ihr Kind maßgeschneiderte Übungen. Lustige Spiele mit unterhaltsamen Charakteren auf dem Weg und ein Belohnungssystem in Form von Sternen, die gesammelt werden können, ermutigen Ihr Kind, bei den Fußgymnastikübungen durchzuhalten. Ein Beispiel dafür ist mein Lieblingsspiel Die Kralle, bei dem Ihr Kind mit Hilfe seiner Füße ein imaginäres Tuch hebt. Die Sensoren erkennen das Knicken der Füße und übermitteln diese Informationen an das Spiel, sodass die Kralle öffnet oder schließt, um die Bälle einzufangen. Beim Spiel Fang den Vogel springt Ihr Kind so hoch wie möglich in die Luft. Die Sensoren erfassen den Sprung und Ihr Kind verfolgt digital auf seinem Handy einen Vogel. Sobald es ihn eingeholt hat, verdient Ihr Kind Sterne. Ich hoffe, dass dieser Prototyp in Zukunft dazu beiträgt, die Fußgesundheit vieler Kinder zu verbessern. Vielen Dank.